Es tut uns weh, es ist unglaublich schade, aber wie so vieles in diesem Jahr ist es kein normales Jahr, kann man wirklich sagen, und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben noch ein Jahr, leider ohne Devisen. Wir alle kennen die Zahlen, die Devisen hat ungefähr Wertschöpfungspotenzial von ca. 1,5 Lagen für die Stadt München und das U-Lagen auch, also profitieren ja viele davon, das sind ja nicht nur die, die auf Oktoberfest sind, ob das jetzt wird, oder Schausteller, auch Mandelverkäufer, kleine Souvenirläden, sondern viele drumherum, die davon profitieren, die ganze Stadt, die Hotellerie, die Gastronomie, der Einzelhandel und auch Taxigewerbe zum Beispiel, und all diejenigen sind davon getroffen, all die haben natürlich jetzt finanzielle Einbußen, und das wird man schon merken auf die Dauer, dass der Stadt da einiges fehlt. Ich bin wahnsinnig traurig, aber es war vorauszusehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn Menschen von der ganzen Welt kommen, kann man so ein Fest nicht machen. Ich finde es eine tolle Entscheidung, mein Respekt an Söder und an Reiter zusammen, wie die das machen, wie die das handeln. Ich bin so dankbar, dass wir so einen Landesvater haben, der das so gut hat. Nächstes Jahr gibt es auch wieder Wiesen und dann gehen alle ganz gerne wieder hin. Wir kommen in den nächsten Malen Also ein riesen Desaster letztendlich, weil Oktoberfest ist natürlich das Event überhaupt. Da müssen wir über den ganzen Winter mitkommen. Jetzt ist ja sowieso schon, dass kein Tourist mehr kommt. Die ganzen Gastronomiebereiche sind ja zu. Untertitelung des ZDF, 2020